Naja ja das können wir dann machen als wurde ja auf jeden Fall Schokolade weiter also die Rucksack geht Prozent Rucksack hin dann wunde ich mich aber weil da die machen nicht mitgenommen worden ist jetzt gut oder schlecht ist vielleicht auch schon bis viele Wochen deswegen braucht es nicht mehr die laufend um die wird der Ballung weiter Prozent ich will nicht auswischen die eigentlich geladen scheiß auf das Getränke so wo bist du ich bin im ersten Stock also ich bin aber ich bin was Prozent ich bin drauf ich komme Saar Reis jetzt gehen wir vorher wochen von der Aufklärung so nicht sein das gilt so und die Zornbieter wir haben eine Freie geht auch wieder runter aber wenn es jetzt dazu noch regnet ist natürlich Premium Ja. Äh, wollen wir mal da in... Ich glaub, das ist doch Schule, oder? Das ist doch Schule. Oder? Oder was ist das? Ich bin mir nicht sicher, was ist das... Krankenhaus. Krankenhaus. Ich schaue da kurz rein, geh. Ich hätte einfach außenrum auch latschen können. Oh mein Gott. Schau einfach mal, guckst du doch vor nicht, vielleicht ist da irgendwo Schule werfen von da. Da liegt noch was. Ah, okay, nice. Ich hab wieder was, äh, Bandage. Und die ist nicht gelutet, glaub ich. Warte, könnte mir Glück haben. Die kann echt viel Glück haben. Das ist, ich geh jetzt mal da rein. Weil der, die Tür, da war noch die Tür zu. Nach oben. Ja, die war noch zu. Okay, ich hab noch Tablettenfuck, kann ich die auch dann? Was ist das? Pain-Killers. Und hier noch, äh, die Termin-Tabletten. Ach, ich hab zum Beispiel Glück gehabt. Ja. 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 Das war schon mal, mich Opa lang. Eins zu früh. Ja, ja. Mensch. Da, raus. Ach so, los. Das sind die Leute. die Wunsch der Feuerwache ist der Karate aus der Straße der Köln Marmor Stein ein in der Prozent die Feuerwachen Tüse im Offen ja auch ich habe auf die Wörter keine X-Tippo da liegt der Falle noch was drauf mal schauen vielleicht fehlt mir noch was Lollololl das wo die auch geht zwei Feuerwehrechse wo die angeht ist die Sonnenbrille Sommar der ist noch nicht tot der ist noch nicht tot ich hasse Zombie für übel Christine habe ich noch komm es ist auch besser das nehme ich auf jeden Fall mit ich nehme jetzt vorzicht ich nehme vorzicht aber mal eine SKS Money mit SKS Money hier was haben wir hier Hosen eine Techniker schürt schwarz hier oben da ist Moe Simoni nehme ich mit ich will einfach mal die Idee woche Moni mitnehmen 07 037 50er Munition 19 Schuss auch durch die Erschung und somit ist entgegen Axtrote Prozent da sind nochmal das sind nochmal für Handschellen nochmal nochmal Schlüssel aber wir haben keine Handschellen könnte man natürlich damit den Spiele ärgern das wäre natürlich schon lustig aus auf 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 das mitzunehmen jetzt Gemma Gemma zum Waffenspot zum Waffenspot das muss ein komzentrieren oder noch ein dort ist immer noch und auch immer rechts hoch im Waffenspot zum Waffenspot zum Waffenspot zum Waffenspot auch für Stimmel kannst du mir öffnen auch dort wird er noch ein bisschen das du alles ja ich muss jetzt erst mal Prozent ich schaue es gerade noch schnell rum ähm das wird hier ein volles Mal zu lassen das haben wir hier noch nochmal so ein okay also ich ich ladet schnell meine Pistole um 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 die wollen jetzt noch und die Anzahl von Zombies vergrößert so das ist das und stecken hier zum oder die würde ich in den Gebäuden und die Gebäude sind ein bisschen hart oder die Bede bei mir im Boden kommt kommen die gehen lieber aus dem das ist irgendwo ein Gebäude gehen das ist irgendwo ein Gebäude gehen nee wir gehen ab auch wir gehen ab und hier soll sich nicht nur Munition aufgeben ja auch kann man auch hier machen ja oder du bist oder du bist extra in der Gebäude rein also ich bin da lieber sicherer ah ja genau mit drei Leuten haben selber was zu rechten ja du wer weiß wer weiß so also das liegt jetzt am Boden tu dir Munition rein ja das stimmt stimmt tu dir Munition rein sechs Stück dann gibts mir den Rest wieder hast du hab ich ja ok gut nehme ich das wieder mit so nice da ist Muni drin jetzt können wir uns auch wehren jetzt können wir uns auch wehren jetzt können wir uns auch wehren mit vollem zwei Magnums ey boah natürlich da haben wir gegen die die knallen schon rein also muss ehrlich sagen so da man genau das gleiche weiß jeder hat so chest holder jeder hat vollwehrachst und die dort in Ordnung dann genau das gleiche ich trinke schnell was gell ja Gott auch da war ich deftig gell weil zum Interesse ja danke doch einfach mal die König die Bauchlohn die auf die Post die Donner ist stück noch was mit 30 noch ein bisschen was ich tue man sich lassen Prozent Schade der nicht das Wort ich 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 schülle bitte in der Zeit weil jetzt zeigt so anders dass sie gespielt wird die Götter wir sind am Anfang schon angezeigt kann man das sind ich glaube dass es ist wie gewollt kommen Prozent müssen sie auf oder da die Straße hoch und ich hoffe dann wenn wir uns ausloggen dass dann nichts das hat einfach dann nicht so weiterspielen kann wie wir uns gerade ausgerüstet haben es hat ja nicht mal so verkehrt ausgesehen ich hatte halt was der leute also Leute wenn es wieder passiert damit ist jetzt vielleicht nicht fröhlich damit ist ein Rage-Let's Play ja könnt euch schon mal drauf freuen du musst ey du musst dort bloß schrägen Beko laufen weil immer so ich merke es gerade ich selber auch drauf kommen können eigentlich so Prozent aber schon da auch zum Beispiel soll ich mal das Waffensport heute ohne Wicht ist es nicht wirklich das wird geliebt ich will die Waffe raus euer stimmt gleich mal morgen umziehen oder was dort die Gehmer einfach mal so Alter ja wenn er dann die Olai auf geht die Tür ist zu Tür ist zu das ist gut euch aber ich ist ja wo die Feuerwehr auch selber überhaupt so ein bisschen so wichtig kein Wort um und nicht verschwinden um und wir haben jetzt auch noch sieben auf Reserve sieben Schuss sehr cool wenn wir noch ein paar Schuss finden würden ein paar Schuss werden nicht verkehrt noch so was ich gehe zu haben hatte zu Warten und die zogen so ich gehe die du dort du machst und nicht die Obo um was zu trinken das ist ein sehr schlecht wir haben ein Salimbeck das ist gut Mausen trinken also ich will nicht so trinken Waffen da ist ein vier Moni aber leider keine M4 das ist natürlich scheiße wir haben hier jetzt ohne Witz was ist denn das für ein was ist denn das für eine Scheiße da ist keine Waffe Alter ist das lächerlich eine Machete liegt da noch bloß noch mal rum aber ganz ehrlich dafür ist doch das ist auch die geiler Stuff drin ich habe eine äh Injektionswehe kannst du das ganze was zum desinfizieren wenn du eine Wunde hast oder so oder grüßt du bist jetzt da als die Wettbewerbung umgellt wieso weil ich um das Ding wechselt habe ich auch jetzt ist es toll da weg weil ich die zielst werden um umklickt ob siehst du das um ja ich würde dann gern noch um die Munition raus tun doch mehr Sinne geben oder nicht ich keine Ahnung Alter ich hätte ich hab noch mal Munition noch mal für die FNX 45 50 kann man schon mitnehmen so nicht so Leute ich hab die Marken hier noch in der Hand am besten tut die mal äh die Munition raus ich glaub oder es geht doch oder ne ich hab die nicht mehr hat die nun die jetzt nur kurz so in der Hand auf eurem liegt ja die ist noch ein Chestholder drin warte mal ich tue es jetzt mal raus so what what gibst du mir mal ich glaub ich konnte sie noch ich glaub ich konnte sie mitnehmen ja ich konnte ja mitnehmen sehr kein Ding ich konnte ja in das Ding rein tun was hast du jetzt ein Chestholder noch drin gar nix mehr ich konnte ja ich hab's jetzt die diese Weste rein tun jetzt hab ich ja genauso mit die Weste ist ja besser als diese Chestholder ach so ja stimmt, hast recht du hast so eine Weste gefunden Alter, als Zombie, als Zombie rechts in dir ja, ja, oh Alter, steh halt auf okay, ich mach ihn platt okay auch du warst du noch gar nicht drin, gell? doch, war ich schon also scheiße ich war da schon drin scheiße, hier dachte ich da, da war da ist nichts drin ein Salimbek, ein Buch, ein Hut ein Hut und, und ein, 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 zehn Schuss für die M4 geil das war, das war der aber warte mal, als ob ich hey, hast du um die M4 Muni mitgenommen? ich hab ich hab die M4 Muni mitgenommen okay, nice die zehn Schuss warte, aber oben war noch andere welche die M4 Muni mitgenommen ja, nimmst doch mit also ich hab die Munition für die FNX 45 habe ich mitgenommen die habe ich mitgenommen ja, okay, passt schon aber, aber, da liegt auch noch was aber, da liegt auch noch was war, 15 Schuss für die Magnum, nix, 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 nix weil jetzt hab ich noch mehr Schuss, jetzt hab ich 22 28 Schuss für die Magnum das gehen wir noch zur Schule und zum Krankenhaus ja dann noch zu die Einkaufsholse und dann kommt erst mal die größte Action der Aufnahme dann gehen wir zum Airstrip ja, Wahnsinn die unsichsten Gegner aber jetzt haben wir schon ziemlich gut ausgerüstet ja, also, ja das war's das war's das alter Christ, tut das, mit vor den Linse laufen ja ich hab gotcha auskult, ich hätte jetzt doch, ich hab dich angehäst ja, was du mich nicht das ist die Schule das liegt da nix das liegt da nix und dies noch nicht gelobt ist bisschen trinken ein Apfel, wo noch gut ist eine Banane, wo noch gut ist ja ich kann ihn nicht mitnehmen ich will, ganz ehrlich, ich bin jetzt so richtig gierig ich will einfach hoch und wissen, ob dort den Wachfeld liegt ja ja hast du gefunden M4 vor der Wühne, Alter M4 vor der Wühne dann kann ich dem ein Ding geben mal die 10 Schuss alter hoffentlich finden wir für dich jetzt da auch nicht M4, Alter, das wäre sehr göttlich ich war grad zu gierig, ich wollte die M4, ich wusste es eigentlich Luki Alter oh oh aber ich habe noch kein Schalter für nichts, dass diese Zeit voll hinaus oh, Tizia und Spiel, Fucker 3 aha er hatte er hat das mal er hat mich mal gefragt, ob er das mal Let's Play sein soll ja klar, wieso denn nicht was cool ist das voll geil zum Let's Play, also ja schon sind das Let's Play just oh, Scheiß liegt da noch irgendwas hinten? nee, dann bräuchte ich nicht reingehen also komm Chris ja, warte mal ich schau noch gerade ja, okay, ich gehe hier, ich gehe hier noch gegenüber zogen krankenhausgott ja, warte mal oh, ne, ich kriege das ja, Chris, ich gegenüber ja, ja ich komm runter das geht da ich hab auch mal die Klicken noch was für dich, Alter ja, wäre nicht schlecht ich mag, ich nicht so allein mit der Woche rumzulaufen ich muss es dann noch ein bisschen was essen und das der wenig ist in Ordnung ja, mit viel Schuss, ich habe fast 28 Schuss jetzt mit dem das ist. huller, huller, huller,inhole voll in Ordnung wo Jets Enterprise sagen das geht jetzt mal also ich kann mich aufhörter während kommt hoch wie ein Viong Desion großen und wie ein Viongren so dass man weiß als ich ein Buch weiß wer jetzt kann ich jetzt schon Prozent sind wir tun es sind die Zunsprung gibt es wieder hier weniger Worte Prozent Prozent schießt er Blitz könnte ganz wasser reinigen das ist es nicht nur so verkehrt ich muss da rein ich erinnere ist durch die Kirche aus gut gehen hat anscheinend irgendwie funktioniert ich habe das mal gereinigt das Wasser wasser da drin weil ich weiß nicht wasser drin war in dem Wasser also in der Wasserflasche das bin ich energizeit und tarrated ich habe jetzt dieses Wasser glaube ich jetzt gereinigt hab ich hab irgendwie alle neuen Tabletten reingeschmissen ne keine Ahnung ich hab das am besten mal der Standteil ja willst du das reintun doch ja klar zack weg mir gedacht das sind doch neue Tabletten noch übrig anscheinend halt doch nicht ich komm runter ich habe nicht gewusst was ich weiß nicht was da für ein Wasser drin ist ganz ehrlich ich will ich will auch viel über diesen Hunter Backpack jetzt anstatt dieses hinter dir glaube so jetzt gehen wir noch da rein euer Wendt gekommen ist wo ja wo wenn sie in Beule hier nein warum ist da jetzt nicht schwule ich bin in das große Gebäude da rein ich bin in das große Gebäude da rein ich bin jetzt mal dafür dass ich das jetzt mal öffnen hier ich bin jetzt mal dafür dass ich das jetzt mal öffnen